In der Arena von Pula, erstmal Löhchen und sonnige Grüße, wird es wohl heute eine Veranstaltung geben. Obwohl, das ist eine relativ große Bühne, eigentlich sind jetzt bald die Kinowochen. Aber ich werde euch das gleich noch mal von oben filmen, da habt ihr noch einen schöneren Blick drauf. So, von der Arena gehen wir jetzt weiter, hier unten zu dem Spielplatz. Aber seht ihr mal, wie voll das hier alles jetzt schon ist, obwohl das Kino erst um 21 Uhr beginnt, geht es jetzt hier runter. Da, wo der Spielplatz ist, da ist dann ein Weinfest und das werde ich euch auch noch zeigen. So, wir sind für das Weinfest natürlich noch viel zu früh dran. Wir sind ja auch eigentlich nur auf dem Weg nach Fajana. Da ist heute eine Lichternacht am Hafen, da bin ich auch sehr sehr gespannt, aber das hier ist doch wirklich süß. Das geht jetzt noch bis Ende des Monats und das kann ich mir echt richtig schön abends vorstellen. Mal schauen, vielleicht halten wir heute zurück zu nochmal an. Wir kommen ja im Prinzip hier vorbei vom Fajana aus. Also finde ich ganz ganz nett gemacht, die kleinen Hütten, wenn man ein Weinfan ist. Und das mag, ist doch süß. Aha, hier wird wahrscheinlich noch Yoga gemacht. Sieht doch ganz so aus, oder? Schön, sehr schön. Also dann werde ich euch aus Fajana berichten. Bitte noch den Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.